Die Arme noch ein bisschen so, dann haben die noch ein bisschen Platz zum Land. Dann passen noch ein paar Vögelmeerchen. Das haben die heute schon ein paar Mal gehabt. Ja, die sind trotzdem noch heiß. Ist ja gar nicht genug, die lecker Mäuler hier. Die haben sich auch clever da unten, ihre Freunde. Die holen das da unten weg. Da brauchst du die heute nicht so hoch zu halten, dann kommen wir da unten hin. Die schneidige Leerräubern, das passt ja schnell an hier. Oh, da ist noch was dran. Ah, ne? Ich bin mein Kühlschrank durch. Ich bin mein Kühlschrank. Ich bin mein Kühlschrank.